hallo und willkommen zurück zu avatar frontiers of pandora letztes mal damit aufgehört ordentlich auf den sack zu bekommen von den mächtig hier gleich spawn ich versuche das jetzt besser hinzukriegen außerdem sind wir drauf und dran mehr so dem mörser mal richtig eine unsere meinung zu geigen essen kochig auch das hat er denkbar schlechteste zeitpunkt dafür na komm kann man die irgendwie hier hin denken ja und wären dabei fast selber drauf gegangen kommt schon na das läuft doch deutlich besser glaube ich habe zum ende der letzten episode einfach schlechtes naja oder einfach habe ich gerade ein bisschen glück gehabt so noch mal nachhelfen hört auf auf mich zu schießen was habe ich euch getan richtig ich brauche deckung ohne strategie man zuerst mal brauche ich deckung und bessere waffen und health items da ist health item so kurz davor das machen wir gleich noch mal davor werde ich diesmal aber was essen bin ganz schön hungrig vielleicht bisschen was von dem fisch vielleicht noch was von der rd aeration dann schauen wir ob alles schön schön geladen hat ja haben wir noch komische andere feine die wollen wir doch auch so dann spawnt mal ich bin vorbereitet irgendwie so wenn da und da einer rauskommt da auf das passt sehr schön dann haben wir irgendwo hoffentlich noch andere elemente die explodieren na erstmal nicht sehr gut brauchen auf jeden fall mehr deckung und mehr fässer die explodieren wollen vielleicht werfe ich auch mal eine granate um die sache ein bisschen interessanter zu gestalten können die nicht herkommen komm schon ja wo kommst du denn hier haben wir jetzt nicht so nett sehr schön er hat auf die fresse bekommen der ist drauf und dran auf die fresse zu bekommen ach was soll es eigene mini kann man ja mal benutzen komm schon hilf item hilf item so lange ich noch welche habe macht sinn nachzurüsten so jetzt einfach warten 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 bis wir regenerieren habe ich den erwischt wir sind gleich wieder dauernd ja noch zwei hilfe items soweit ist alles gut aber wir müssen hier an nachschub möglichst fix rankommen so drei hilfe items wieder voll wieder vier hilfe items meine mine in die fresse mensch das hat ja gar nichts gebracht es hat ja gar nichts gebracht gehabt die ist auch leer ja halt mal die klappe wieso eliminiert ihr nur mich komm schon boah ist sie selber nichts mehr mine ja und noch eine und falls so schön war eine dritte vierte ist ja gut man muss auch mal wissen wann man sich geschlagen geben sollte waren das jetzt alle ne da kommen noch mehr das sieht so aus als ob da ganz viele kommen oje das ist sowas von eine falle gewesen jetzt sehe ich das auch oje taelan hat mich verraten mal wieder oder doch nicht wieso sind die alle umgefallen wer hat das getan ist egal wer ich würde ihm auf jeden fall gern die hand küssen der hat mir grad sowas von den arsch gerettet ich dachte ich komme hier aus der mission dann gar nicht mehr raus uiuiui komm schon ist alles nachgeladen alles nachgeladen was geht und das hier nicht das kann ich auch nicht mehr craften da fehlen mir einfach die muschelteile ich hab's gewusst ok der rest passt aber wir schauen uns hier oben mal kurz nach bringt ja eh nix ab zum missionsziel der hoffentlich der missionsmarke irgendwo hier hin führt haif ist auch voll ist das nicht schön fluchtweg nach links oh hallo taelan taelan du schockt die ampe suites ich bin sorry bist du okay der hangar war supposed to be clear ich habe dich nicht gett habe ich ich hatte Angst dass du nicht kommen aber du hast du glaubst in mich natürlich jeder kriegt eine zweite chance ich weiß ich habe einen Fehler wir müssen das enden taelan ich sah die scharfe es wurde auf der upper level du kannst da ich zeige dir wie komm mit mir das klingt doch auch nicht schlecht das klingt doch auch nicht schlecht für uns alle du inkludest du bist du bist einer von uns daelan nicht wir pandora ist dein Haus ich weiß dass du für sie kämpfen sehr gut schön dass er wieder auf unserer seite ist außen mit dem dämlichen plan hier ja ein spare part besser als kein spare part und ein arm guard den ziehen wir doch gleich an wenn er besser ist marginal besser aber besser aber besser ist hier wieder essen in der tat eine schöne trockenfutteration die schmecken besonders gut gut oje der setzt den bohrer glaub schon ein und zerstört damit seine ganze basis vielleicht hätte man gar nichts machen müssen und nach oben und nach unten so scheiß auf schleichen ich schieße sie jetzt auf oh habe mich zu früh gefreut und bin aufgestanden das sollte natürlich nicht passieren oje in so einem ventilationsschaft will ich auf jeden fall nicht drauf gehen hi bye komm kann ich hier noch irgendwas hicken die brauchen noch so einen RDA roster sonst kriege ich ja nie eine gute Waffe wenn ich nicht sammeln gehe uh spare parts und stagger rounds und so langsam komme ich mit den systemen hier von dem spiel klar oh meine navi freunde sind da komm kann ich hier noch was machen na sah fast so aus hallo ja 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 Das ist eine gute Einstellung. Ich hecke es einfach mal. Oh, das ist das Leichteste bis jetzt. Ah, das sieht wunderbar aus. Ist es mal schön mit Verbündeten zu machen. Nicht alleine. Komm, nicht abhauen, nicht abhauen. Wo sind die Igrans? Oh, hier geht ja alles hoch. 11. Sehr gut. Sehr schön. Ich habe Baller wieder so viel Heilungsitems. Wo sind denn die anderen? Ja, mit dem Loot. Komm, da wäre auch noch so ein Faske hoch. Waffe. Sehr schön. Inventar ist immer noch voll. Zumindest stellenweise. Ich lade hier mal nach. Hier irgendwo ein Helikopter. Weiß gerade aber auch nicht wo. Uh, wer? Turrets. Nicht gut. Kann ich die von hier hacken? Nee, natürlich nicht. Ah, ich habe hier meine treuen Minen. Äh, kein Schaden. Uff. Wie schaltet die denn aus? Vielleicht muss ich die hacken. Komm schon. Inventory ist full. Ist nix, was ich gern lese. Komm schon. Hier sind Raketen. Wer verhebt den doch auf? Komm schon. Nicht mal das geht. So, Missionsmarke ist wo? Da oben. Na gut. Dann schauen wir mal. Lass uns die Geschütze nicht erwischen. Und dass wir den richtigen Weg gehen. Dankeschön. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich bin drauf. General Hardmore. Wir haben vieles aktivität. Nichts die Regierungsbundung. Ich kann garanter. Wir nicht riskieren mehr von unseren Menschen und ein paar Begegenwerteile. Ich weiß, dass John Mercer trainiert diese Navi-Kids. Jetzt kommt zurück nach dem Knochen. Er hat genug verloren. Wenn die Situation nicht untenable sind, mit den Kriegern du hast, mein order ist zu retweet. Ja, Herr. Es klingt wie Harding wird zurück. Wir können das Ding gewinnen. wenn ich wüsste wo wir lang müssen vielleicht habe ich da wieder ein ventilationsschlitz nicht gesehen ich muss das hier einfach hicken nach oben dann wieder warten das ist glaube ich eins der nervigsten aber wir haben es gleich geschafft einmal noch kurz warten und wir sind am ziel ja ja ich bin immer careful na komm solange keiner in den mix sitzt kann man die auch ausschalten wir schießen da ist aber nicht sehr nett so dann gehen wir mal kurz runter ein mich fehlt aber noch laut missionsanzeige ach komm schon kann doch nicht nur full sein das inventory na komm das ist der letzte okay und irgendwo müssen wir im turret control computer zerstören sind doch nicht diese teile okay das ist auch nicht optional elf item habe ich auf der anderen seite gesehen und hier ist auch eins ein glück kann man nie genug dabei haben zumindest nicht so wie ich spiele müssen der computer raum da da ist er ja und sagt nichts ja das ist das und du auch ja pech dass ich auch so eine waffe habe so drei computer zerstört vier computer zerstört sechs computer zerstört muss nachladen immer noch sechs computer zerstört der große bildschirm zielt nicht vielleicht die laptops noch nicht die zählen auch nicht weiß ehrlich gesagt nicht worauf ich grad schießen soll müssten ja die roten dinger eigentlich gewesen sein der hat noch nicht gezielt und der wahrscheinlich dann auch nicht okay was muss ich dafür tun wo ist der bridge control room hier das sieht gut aus da unten müssen wir hin und einmal in den ventilator einmal in den ventilator wollte ich sagen war dann aber gar nicht so tragisch da war ja gar keiner sehr schön dann heli der aus dem maul will wo muss ich überhaupt hin wir nehmen es mal mit wer weiß wofür wir das brauchen wir müssen einfach da oben hin kann ich damit klettern ja und auch hoch seilen wahrscheinlich nicht doch auch okay hier geht es aber nicht weiter einmal sabotieren und dann sollte man auch reinkommen alles erledigt dann einmal hacken das ist auch so schön einfach und zwischensequenz na das ist doch wunderbar sehr schön sehr schön oh ein riesiger heli wieder Mist voll eine rakete in die fresse bekommen oh je zumindest haben wir überlebt doch ging nie besser kommen wir da nicht irgendwie rein das ist so ein schöner container gut da müssen wir gleich hin wo ist das denn hier komme ich echt nicht rein das ist doch echt mies warum einfach drauf schießen durch jemand was machen ein moment so wo müssen wir denn hin so wo müssen wir denn hin ich doch da oben hoch na komm kletter doch mal du hast es beinahe geschafft na ich glaube hier gibt es einen sinnvollen weg rein und das ist nicht der sinnvolle weg das war der sinnvolle weg das war der sinnvolle weg schöne hosen ich habe deutlich bessere hosen eine deutlich bessere hose gut dann müssen wir einmal da hin Mensch haben die hier schön aufgeräumt die verbündeten oh oh hat die stag arounds und ausgewählt deswegen habe ich keine munition na komm schon war wieder so dämlich mit nicht geladenem magazin auf den feind zu gehen oh oh hier mit der hilfe wo muss ich drauf zielen vielleicht auf die geschütze nee das bringt nichts das hat nichts gebracht ich probiere es mal einfach hier mit wie uiuiui oh nee Teelan was ist jetzt schon wieder los gut wir brauchen unbedingt nochmal so ein rpg komm schon ist nicht getroffen einmal getroffen kein helfe item mehr der ist down den heli habe ich leider nicht erwischt kommen schon ich brauche noch ein bisschen hilf auf jeden fall erstmal was da so viel zeit muss sein ja und die schon wieder so ein mörser mich die sind immer so nervig shotgun shells können wir auch gut gebrauchen na gut dann schauen wir das mal hochkommt komm schon geh doch down ja wachpunkte sind effektiv wer hätte das gedacht so irgendwas muss ich jetzt einfach erschießen leider keine spare parts damit kann ich nichts anstellen na komm wo ist das eigentlich dann schauen wir erst mal ob hier irgendwo hilfe items rumlungern oder spare parts zwei spare parts bekommen ich bin zufrieden das freude antennas fuse box was ist antenne da fuse box da oben was jetzt los eine volle breitseite bekommen von dem schock okay und ich versuche hilfe items zu finden ganz dringend sogar komm schon komm falsche waffe jetzt aber und noch eine komm reicht für beide ja und da ist noch einer das ist nicht gut ganz viele helis ganz viele helis und ich bin am ende meines lateins mit latein meine ich hilfe items okay so lange muss ich nicht überleben und hier ist auch noch ein hilfe item zumindest eine zweite chance da ist sie ja sehr schön wo muss ich hin da ist er ja tschüss okay wir müssen da rein und dann hier einmal hacken kommt davon wenn er uns ausgebildet hat hier soldaten zu sein ist genau das was er sich gewünscht hat ach ist das nicht schön und alle helis crashen warum auch immer oh die hat sich gericht ich wünschte harding hätten wir auch erwischt oh helf her damit so und wo müssen wir jetzt lang wegpunkt vielleicht hier rein wenn sich schon so anbietet oh nein ihr seid drauf gegangen Mist wir haben verluste auf der eigenen seite das ist nicht gut aber erwartbar ja 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 ich glaub mercer hat schon lange den verstand verloren Deswegen wird er ihn jetzt noch mal verlieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo, wir haben ein Sturmgewehr. Hättet ihr mal nicht so viel Scheiße gebaut, würdet ihr alle schön leben. Nochmal Health-Item. Kann ich gut gebrauchen. Wo muss ich denn hin? Ich glaube ein bisschen nach oben. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Und meine Health-Item sind schon wieder verbraucht. Hier ist zum Glück noch eins. Komm schon, ich werde getroffen. So. Ganz, ganz wenig Leben habe ich. Ich weiß nicht, warum ich gerade so viel Krampf klang. So. Mal schön aus der Deckung raus. Komm. Und du nimmst das. Na, ist das nicht schön. Komm. Irgendwo noch Hilfe oder sonst was wertvolles. Eine Stun-Granate. Könnte helfen. Hat geholfen. Da bin ich ja beruhigt. So. Einmal nach oben. Muss ich die zerschießen? Muss ich die zerschießen? Ich glaube, die muss ich später zerschießen. Oder jetzt zerschießen? Jetzt zerschießen. Noch irgendwo eins? Kann ich gerade nicht sehen. Dann gehen wir mal weiter. So. Erstmal hier schön Munition überprüfen. Scheint alles zu passen. Können wir schöne Explosionen verursachen. Oh, der Mächtige, der gefällt mir nicht. Falsche Waffe für den. Das ist aber die richtige. Komm schon, geh hoch. Ja. So soll das. Nein, keine Reinforcements. Das ist schlecht für mich. Oh, muss ich da unten durch? Auf jeden Fall habe ich die Heilung gebraucht. Ich hab genug. Ich hab genug. Ja, ja. Labern kannst du. Ja, weil du noch liebst. Und du auch. Ist das der richtige Weg? Ich denke mal. Die Minsther Kurve hier wieder. Wie genau. Kann ich nicht einfach da rauf? Was für ein Arschgesicht. Den halten wir auf. Bisschen Parcours laufen. Ja, ja. Halt mal deine Klappe. Ja, ich glaub das wissen die. Ja, ja. Davon kann ich nicht beeinflusst werden. Mensch, der verliert echt seinen letzten Nervenzellen. Das ist gut. Hey. Komm schon. Ja. Fueling. Das muss das Teil sein. Hey, wo ist das hin? Da ist noch ein Fueling-Teil. Ja. Komm schon. Komm schon. Ihr habt euch für die falsche Seite entschieden. Eindeutig. Na komm schon. Oh, das ist wieder weggepackt. Sehr schön. Na komm. Bald Hammers, bald Hammers. Hammers auf der Seite. Ha, ha. Ha, ha. Ja, du. Oh, und dass ich keine Health-Items mehr habe. Oh, falsche Waffe. Ich brauche Health-Items. Ich brauche Health-Items. Das Spiel hört einfach nicht auf mich. Hoffentlich zählt es, dass wir das erste Blatt gemacht haben. Ne, zählt natürlich nicht. Warum denn auch? So. Nochmal nachcraften. Nachcraften. Und dann Health-Item und dann kommen wir raus. Schau mal, dass wir die diesmal nicht verschwenden. Eine Food Ration und noch ein Health-Item. Oh, da sind ganz viele Health-Items. Das müssen wir uns merken. Hier ist auch eins. Hol ich mir gleich. Na komm. Wo seid ihr denn? Vor allem der mich. Wo ist der mich? Ich glaube, wir spielen gerade Fang. Nein. Okay. Da sind auch ganz viele Health-Items. So, nachladen und reinfeuern. Oh, das bringt richtig viel mit der Schrotflinte. Und die Seite schon down. Der ja für Reichtum-Mörser. Ist hier in Ordnung. Wer hat von uns gerade einen Tantrum? Komm schon. Nicht sterben. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt dafür. Wir holen uns hier nochmal schöne Health. Alles, was wir kriegen. Laden auf und laden nach. Und nochmal Health. Ist hier ein ganz schönes Gewusel gerade hier. Hilfe schon wieder weg. Das kann doch gar nicht sein. Oh, Mist. Oh, nachladen. Das wird nix. Ich sterbe gleich wieder. Ja. Na gut. Der Fokus muss eindeutig darauf liegen. Oh. Muss hier was drücken. Muss einfach darauf liegen, die Fuel-Dinge abzuschalten. Wir sind gerüstet. Wir sind gerüstet. Nur kurz die Hilf-Items hier nehmen. Vielleicht auch die Stagger-Rounds aufladen. Und die Schrotflinte natürlich. So, die eine Seite machen wir gleich. Oh, Mist. Komm schon. Ja, ja. Na komm, Schrotflinte. Und eins, zwei, drei. Oh, Mist. Okay, das ist down. Helfen, nachgefüllt. Und Schrotflinte nachladen. Komm schon. Komm schon. Ja, jetzt muss man doch die Mechs ausschalten. Die sind zu mächtig. Oh, Mist. Das musste ich nehmen, das Helf-Item. Komm, geh einfach drauf. So, wir müssen unbedingt hier nochmal nachfüllen. Das Hammer. Jetzt sieht's gut aus. Ich sag dir, jetzt sieht's gut aus. Ah, nachladen. Und ich hab zwei Helf-Items verschwendet damit. Wie kann das denn passieren? Und wer schießt da? Komm schon. Habe ich noch hier was? Ja. Farmin, hab ich noch. Komm schon. Sehr schön. Die brauchen wir. Und... Eimer. Und wir haben's geschafft. Und hilf. Sehr gut. Und... ... Wenn du sie gewonnen hast, dann kann ich mich kontrollieren. Manually! Wer weiß, ob der Launch? Wir sind weit genug in der Erde. Die Charge wird einfach gut, wo es ist. Ich werde das Wort. All your hard work hat sich nicht mehr als ein wenig gegen mich zu tun. Ich werde das selbst enden. Aber du wirst nicht sehen. Welcher Freund? Freund? Na, ein Glück habe ich gerade diesen Raketenwerfer gefunden. Und du bist ja sehr empfindlich da oben. Ne? Ich hätte gerne noch einen Raketenwerfer. Komm schon. Hilf. Ganz schön heiß hier. Und dein Freund ist tot. Aha. Und wozu muss ich... Wo muss ich hin? Hui. Da. Das ist doch dann relativ straightforward. Immer warten, bis wir dekontaminiert sind. Beziehungsweise bis der Luftdruck ausgeglichen ist. Mist. Äh... Was? Kann ich da klettern? Nö. Ah, ein Glück ist das nicht getimed. Ich habe wieder keine Ahnung, wo es hingeht. Ah. Habe es gefunden. Hui. Hui. Äh... Eis? Wo sieht er durch? Nö. Oh. Ist das eine Sprinkleranlage? Oh, es ist getimed. Dann hätte ich mich mal besser beeilen sollen. Au. Ist ja gut. Nur ein bisschen warm. Eine Minute verbleibt. Oh. Einfach hier hin. Ich glaube, Meassa haut uns gleich auf den Kopf. Äh... Äh... Wohin? Dahin. Zum ersten Schlüssel. Und dann rüber. Und dann runter. Und dann hoch. Na also. Hammer ist nicht schafft. Hammer ist geschafft. Gut. Das ist gut. Du musst gehen, okay? Geh raus. Meassa wird versuchen, die Anforderung zu reduzieren, bevor es explodiert. Ich... Ich werde ihn verraten. Was soll das heißen? Du kommst aus hier mit mir? Es ist okay. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Ich... Ich kann dich stoppen. Für alle von uns. Komm schon. Den müssen wir auf jeden Fall retten. Hui. Wie je je. Oh, wir haben gar kein Essen mehr. Ich bin einer von ihnen. Ich bin einer von ihnen. Und dann, perseverant in deinem Ziel, und befindend in deinem Ziel, und befindend in deinem Ziel, zwischen dem Falken. Oh. Oh. Es ist fast eine Schade, zu sehen, dass du verletzt hast. Mist. jetzt, das war ein Erfolg, nachdem du alles. Du bist ein Prozess. Und du wirst sterben, und du wirst sterben, und du wirst sterben. Du wirst dich nicht mehr. schnell was essen wo ist denn hier das teil da für was war ich der beweis dass das programm funktioniert das sehe ich anders ich habe mich nicht mehr als ich mich nicht mehr als schule we'd gotten somewhere it's over mercer we lock the bombing place this will all be destroyed you're such a waste of breath you see this taylan this is what failure looks like yes sir lower the charge time to watch your world break remember are you serious this is how you choose to go out with a children's song we are not me doesn't matter you can't stop this but i can't stop you mercer hey ich will den gerne erschießen will ganz sicher gehen oh mist oh danke hawk okay ich habe mal vertrauen daran dass das mercer auch erwischt hat ist das schön alle bösewichte ausgeschalten bis auf harding die es wieder entkommen und mercer will never hurt anyone again and we can move on now as a new family right can we we've followed your path long enough it's time we follow our own we must rebuild what we've lost and find a way to be sour into again even me i'm proud of you i'm glad i got to see it the scars of the past will not shape our future das klingt doch gut von kopf zu keine ahnung hüfthöhe kopf zu keine ahnung hüfthöhe tschau alma oh uuuuuhh und endlich geht's los wo war eigentlich nor bei der ganzen geschichte Na gut Dann müssen wir aber ganz viele Babys machen Sonst ist der Clan ja nur aus 3-4 Leuten Das kann nicht reichen Ich melde mich für die erste Runde Oh Wir sind glaube tatsächlich fertig mit dem Spiel Ich sehe zwar keine Credits Ah da kommen sie Na gut Dann würde ich sagen wir sind am Ende der Let's Play Serie angekommen Ich bedanke mich fürs Zusehen Ich hatte jede Menge Spaß beim Zocken Die Welt war wirklich atemberaubend Das Gameplay war teilweise ein bisschen mittelmäßig Aber nichtsdestotrotz Ich hoffe ihr hattet auch Spaß Und dann würde ich sagen wir sehen uns Bei einem der vielen anderen Spiele die ich Let's Playen werde Bis dahin Habt ne schöne Zeit Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal